Der Klondike Goldrausch im Yukon-Territorium in Norden Kanadas fand Ende des 19. Jahrhunderts statt und war einer der grössten und dramatischsten seiner Art. Er dauerte nur gerade drei Jahre. Über 100'000 Glücksritter waren beteiligt. Mit einer Auswahl von historischen Bildern aus der Public Domain von Wikimedia und Wikipedia wird hier dieses Ereignis nachvollzogen. Im Juli 1897 kamen zwei Dampfboote, Excelsior und Portland, in Seattle und San Francisco an. Die von einer Wirtschaftskrise gebeutelte Bevölkerung begrüsste frenetisch die Ankömmlinge, denn schon vor dem Einlaufen in die Häfen wurde bekannt, dass sich an Bord Goldsucher mit bedeutenden Schätzen befanden. Die Goldschürfer kamen vom Bananza-Krieg an der Mündung des Klondike in den Yukon-Fluss. Der Goldfund wurde bereits am 16. August 1896 gemacht. Dieser blieb den lokalen Goldschürfern nicht verborgen, hingegen fand die Nachricht wegen der schlechten Kommunikationslage erst mit dem Erscheinen der beiden Schiffe ein knappes Jahr später den Weg an die Weltöffentlichkeit. Die Euphorie in den Häfen nahm krasse Formen an. Die Aussichten auf kurzfristigen und einfacher zielbaren Reichtum beflügelte die Fantasie von Tausenden. Ungeachtet allfälliger Mühsal und Risiken verliessen potenzielle Goldgräber, Abenteurer und Geschäftemacher ihren Arbeitsplatz, kauften sich die notwendige Ausrüstung und ein Schiffsticket und machten sich auf den Weg ins Schürfgebiet am Klondike. Die meisten wählten die Route entlang der südwestlichen Küste von Alaska durch die Inside Passage zum Link-Channel, wo sich zwei Landestellen befanden, Skagway und Daya. Ankunft eines Schiffes in Skagway. Leute, Pferde, Heuballen und Ausrüstung werden entladen. Auch in Daya stapelten sich entladene Güter in Hafennähe. Vom Hafen ins Skagway muss der White Pass mit etwa 900 Meter Höhe und vom Hafen in Daya der Chilkut Pass mit einer Höhe von etwa 1100 Meter überwunden werden. Beide Pässe führen ins Quellgebiet des Yukon-Flusses, der als Transportweg zum 740 Kilometer entfernten Schürfgebiet am Klondike benutzt wurde. Der White Pass führte hinunter zum Lake Bennett und der Chilkut Pass zum Lake Lindemann. Schon bald nach dem Eintreffen der Goldsucher im Herbst 1897 lag auf beiden Pässen Schnee. Am White Pass war vorerst noch der Einsatz von Pferden möglich. Allerdings wurden die Tiere überladen und nicht selten zu Tode getrieben, sodass der Pass den Namen Dead Horse Pass erhielt. Nachdem der White Pass wegen den Schneemassen nicht mehr passierbar war, erfolgte ein eigentlicher Sturm auf den Chilkut Pass. Dieser ist kürzer als der White Pass, hingegen sind die letzten 300 Meter bis zur Passhöhe derart steil, dass dort keine Pferde eingesetzt werden konnten. Die Situation war dramatisch. 1500 Stufen wurden in das Eis geschlagen, deren Benutzung mit einer Gebühr belastet wurde. Deshalb der Name Golden Stairs. Auf beiden Pässen wurden die Goldsucher von der kanadischen Grenzpolizei empfangen, welche die Ausrüstung kontrollierte. Jeder Goldsucher musste für ein Jahr Nahrungsmittel mitführen. Zusammen mit der Ausrüstung war das etwa eine Tonne Material pro Person. Bis das Material vollständig auf einem Pass war, musste dieser, wenn keine Hilfsmittel oder Träger zur Verfügung standen, von einer Person bis zu 30 Mal bestiegen werden. Sowohl am Lake Pennet wie auch am Lake Rindemann entstanden eigentliche Zeltstädte. Die Winterzeit wurde genutzt, um Boote und Flosse in Handarbeit mit lokal gefällten Bäumen zu bauen. Mit diesen mussten Personen und Ausrüstung nach dem Auftauen der Seen den Jukonfluss hinunter zu den Goldfeldern an der Klondike-Mündung gebracht werden. Im Mai 1898 war die Eisschmelze so weit, dass die Boote ins Wasser gebracht werden konnten. Mehrere hundert Boote setzten sich in Bewegung. Am Schluss waren es mehr als 7000. Das friedliche Bild der Schiffe auf dem Jukonfluss täuscht. Auf dem Weg mussten mehrere kritische Stromschnellen, sogenannte Rapids, überwunden werden. Am gefürchtetsten waren das tiefe und schmale Miles Canyon und die unmittelbar folgenden Stromschnellen von Whitehorse. Bis Ende Juni 1898 kenterten im Miles Canyon 300 Boote. Wer Glück hatte, konnte sein Material aus dem Wasser retten. Es gab aber auch Todesfälle. Deshalb beinspizierte und registrierte die Polizei sämtliche Schiffe. Nur geübte Piloten durften selber fahren. Die anderen mussten einen Lotsen an Bord nehmen. Ab 1898 konnten kleinere Schiffe mit der Canyon & Whitehorse Rapids Railway einer hölzernen Pferdebahn entlang dem Ufer transportiert werden. Die 740 Kilometer lange Bootsfahrt von Lake Bennet oder Lake Lindemann nach der Mündung des Klondike Rivers dauerte etwa drei Wochen. Dort wurde bereits im Januar 1897 die Ortschaft Dossen gegründet. Beim Eintreffen der Neuankömmlinge im Frühsommer 1898 war Dossen noch weitgehend ein Zeltcamp, das aber bereits 5000 Bewohner aufwies. Von den ursprünglich aufgebrochenen 100'000 Teilnehmern des Goldrausches erreichten schliesslich nur 30'000 bis 40'000 Dossen. Die meisten Wagemutigen gaben frühzeitig auf, dass sie den vielfältigen Strapazen nicht gewachsen waren oder bezahlten ihren Mut mit dem Leben. Die Entwicklung von Dossen ging rasant. Zelte wurden durch Blockhäuser ersetzt. Die Frontfassaden wurden aufwendig gestaltet. Die Reklametafeln zeugen von einer vielfältigen lebendigen Infrastruktur. Dossen entwickelte sich zu einer modernen Metropole, die bald einmal Paris des Nordens genannt wurde. Mit gegen 40'000 Einwohnern war Dossen Ende 1898 eine der grössten Städte im westlichen Kanada. Die ankommenden Goldsucher mussten sich so rasch wie möglich um ihre Schürfberechtigung, den sogenannten Claim, kümmern, d.h. anstehen bei einem Office eines Brokers. Es gab böse Überraschungen. Die besten Claims waren alle schon weg. Sie mussten sich mit Claims zufrieden geben, wo die goldführende Schicht nicht an der Oberfläche, sondern einige Meter tiefer im Permafrost lag. Dieses Gold, meistens in Form von Staub, konnte nur durch Erwärmen des Bodens mit Feuer oder Dampf erreicht werden. Es war eine wahre Schufterei. Unter diesen Umständen erstaunt es nicht, dass von den 30'000 bis 40'000 Neuankömmlingen sich schliesslich nur etwa 5'000 als Goldgräber betätigten. Von diesen wiederum sind nur einige hundert reich geworden. Diese Zahlen sind ein Hinweis, dass sich die Mehrzahl der am Goldrausch beteiligten Personen nicht am eigentlichen Schürfprozess beteiligten, sondern Beschäftigung und Profit in der weitläufigen Infrastruktur suchten, die offensichtlich nötig ist, um einen Goldrausch am Leben zu erhalten. Ein wichtiger Teil der Infrastruktur, besonders in einem unwegsamen Gebiet, ist die Logistik. Die Serienproduktion von Raddampfern mit flachem Rumpf wurde in den Werften an der Pazifikküste im Eiltempo aufgenommen und die Produkte den Yukon aufwärts Richtung Dossen geschickt. In den drei Jahren des Goldrausches stellten 130 Schaufelraddampfer den Verkehr zwischen Weithors und Dossen sicher. Auf dieser Strecke sind die Five Finger Rapids das grösste Hindernis. Die Dampfer mussten mit Seilzügen aus Stahl vom Land aus oder mit einem Schleppschiff durch das Hindernis geleitet werden. Besondere Probleme gab es im Winter. Während sieben Monaten ist der Yukon zugefroren. In dieser Zeit mussten die Raddampfer auf hölzernen Gleitflächen an Land gezogen werden, um sie dem Druck der Eismassen zu entziehen. 1898 bis 1900 wurde die White Pass & Yukon Railway gebaut, die Skagway mit White Horse verbindet. Im Winter war der Verkehr teilweise sehr aufwendig, da die Bahn aus Schneeverwehungen herausgeschaufelt werden musste. Die Bahn wurde 1982 stillgelegt. Ab 2007 fahren wieder planmässige Züge für touristische Zwecke zwischen Skagway und Carcross. Seit den Gründertagen von Dossen gab es eine Post, die einzige Institution, mit der die Goldsucher regelmässig Kontakte zur Aussenwelt pflegen konnten. Die ersten Poststellen waren provisorischer Art in gemieteten Gebäuden, vor denen es immer wieder zu Ansammlungen ungeduldiger Leute kam, die begierig auf Neuigkeiten warteten. Im Oktober 1898 wurde das Postgebäude zusammen mit 26 anderen Gebäuden Raub der Flammen. Das neue, nun permanente Postgebäude konnte 1900 seinen Betrieb aufnehmen. Praktisch gleichzeitig entstand das Telegraph Office, das erstmals schnelle weltweite Kommunikation ermöglichte. Anfänglich waren in Dossen Geldscheine rar. Selbst in kleineren Läden musste mit Gold bezahlt werden, das als offizielles Zahlungsmittel galt. Hier auf dem Ladentisch eine Waage und ein Kunde, der Goldstaub auf eine Waagschale streut, um seine Einkäufe zu bezahlen. In grösseren Einzelhandelsgeschäften wie der Alaska Commercial Company sammelte sich das Gold im Tonnenbereich an. Die erste Bank in Dossen war 1898 die Bank of British North America, gefolgt von der Bank of Commerce. Die Banken trugen zu einem funktionierenden Geldverkehr bei, indem sie Gold aufkauften. Im Sommer 1898 gab es in Dossen mehr als 20 Saloons, die sich um die Zerstreuung der in den Claims arg geschundenen Goldschürfer kümmerten. Neben überteuerten alkoholischen Getränken in Bars und privaten Abteilen mit Damen gab es musikalische und showmässige Darbietungen. 1898 war der Höhepunkt des Goldrausches in Dossen. Bereits Ende des gleichen Jahres zeigten sich aber erste Abnützungserscheinungen, insbesondere bei den 30.000 bis 40.000 Nachzüglern, die sich bis Dossen durchgekämpft hatten und sich dort vorübergehend niederliessen. Generell nahm die Ergiebigkeit der Goldfelder ab. Viele enttäuschte Goldsucher entschlossen sich, Dossen den Rücken zu kehren und den Heimweg anzutreten. Um an Geld zu kommen, verkauften sie ihre Ausrüstung. Trotz der sich abzeichnenden Probleme wurde Dossen 1898 zum Verwaltungszentrum des neu geschaffenen Yukon-Territoriums deklariert. In die allgemeine Absetzbewegung platzte Ende 1898 die Nachricht von Goldfunden in Nome, einer Ortschaft an der Beringsee. Für die noch ausharrenden, aber enttäuschten Goldsucher war das das Signal, das Glück zum Reichtum nochmals an einem anderen Ort zu suchen. Bei der Eisschmelze 1899 drängten mit neuen Hoffnungen beladene Goldsucher auf Dampfboote, um Dossen zu verlassen und Richtung Nome, den Yukon-Fluss, hinunterzufahren. Innerhalb eines Jahres sank die Einwohnerzahl von Dossen um etwa 8000. Der Niedergang war stetig. In den 50er Jahren waren es noch etwa 500 Einwohner. 1953 löste Whitehorse Dossen City als Territoriumshauptstadt ab. Die Klondike-Autobahn, rot eingezeichnet, die entlang der Goldrauschroute vom 19. Jahrhundert führt, blau eingezeichnet, wurde 1986 vollständig fertiggestellt. Die historischen Zentren, die überlebten und nicht zu Geisterstädten verkamen, sind heute einfach und bequem zu erreichen. Dossen City zählt heute etwa 2000 Einwohner. Tourismus hat die Goldgewinnung als Einnahmequelle schon längst übertroffen. Mit viel Sorgfalt wurden in Skagway, Carcross und Dossen City Gebäudekomplexe und gewisse Infrastruktureinrichtungen renoviert. Sie vermitteln ein eindrückliches Bild von der Suche nach Wohlstand und Glück in einer Zeit, die nicht sehr fern in der Vergangenheit liegt. Untertitelung des ZDF, 2020